ARD Text im Auftrag von Funk Ja Was denn nicht mehr? Das N-Wort ist genau scheinbar, sonst scheiß ich euch an, da bin ich nämlich Klero Das N-Wort, das N-Wort darfst du auf keinen Fall sagen Afro, zumindest nicht mit I nach dem Ende Niemals Was ist, wenn ich's mit R schreib, so wie Klero spricht? Was, Nil oder was? Darf ich Nil nicht sagen? Johannes, was? Was hat Hannes damit zu tun jetzt? Ghost Ghost oder was? Schnauze nach Goldsetz Zwölf Elf Zehn Neun Acht Sieben Danke He Er ist tot Ja, lass ihn doch tot sein Nein, muss er nicht Einer pusht Er ist nicht hochgegangen Ab ihn Hahaha Die sind wohl so das Ding, du schrotzelt Timo, die naden mich von der Reku Truck einer, wo ich bin bei Verteidigung, ja? Da ist einer am Truck, wo ich bin bei Verteidigung Panzer bei denen, Timo Die Scheißer ist knapp Nicht bad, Alter Das, äh Das, äh Busstation Oh ja Spiel den Incognitor Ja Alter Jungs, das Ne, ich spiel den Molten Ne, ich spiel den Molten Ne Ne Bende schärft Bende schärft Bende schärft Bende schärft Bende schärft Bende schärft Blackout Wie fallen seid ihr denn? Naja, ich bin schon hingeraten, ich weiß nicht Ich meine nur von allen, von drei, einer, zwei, drei Leute raus, in einer Sekunde War jetzt, ein bisschen Beto Das Ziel verteidigen Oben einer und zwei Stück auf B Eine Autowerkstatt drin Einer hat den weißen Crack Die Zeit wird knapp Alter, der ist auf Top, Mann, Jungs, Alter Und ein Kaffee, Top, unten, unten Kaffee, unten Kaffee Ja, der ist down Schön für dich Noch drei Einer Oder zwei Drei noch Lernst du, 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 du siehst nichts, du musst die Mitte machen Ich habe mal die Mitte gemacht Aber war mein Fehler Ja, und da kam West gar nicht zu viel Da kann ich gegen vier Leute auf Top auflaufen, das funktioniert nicht Er ist Autowerkstatt durch, dann habe ich hinten abgeaimt, dann ist er wieder vorne raus und halt hochgeklettert Da kann ich nichts machen und West kann ihn nicht sehen Was wir ja dann suchen und zerstören Das Ziel zerstören Wir haben die Bombe Die Murchgeporn oben Einer pusht Der ist nicht oben rein, der ist da pusht Der ist dauernd hinter, hinterm Humvee ist einer, Alter Der ist, der ist da hinten, links Jakob Ja, rechts war er aber okay Der ist Pawn durch ihn Top ist einer? Warum spielt ihr mit MGR? Ich schloch Habt ihr den Pawn-Spieler? Ja Sniper am Top Ja Zwei Leiter von Top aufmeld Doch Leute, Alter Der ist vor der Bushalter Der Mal Der ist der Mal, Sniper Teil dank Das ging zwei Da ist er top, Pawn Ohne? Ja, jetzt rechts oben Kannst du nicht hoch, doch Der andere ist hinten, bei unserem Panzer war er Der ist hinten rum zu B Wir haben die Runde verloren, aber nicht in Kraft Wie kann er euch denn dann mit demal ziehen, Mann? Ich dachte, ihr habt Incock Ja, hab ich auch Aber der ist hier nicht so trotzdem Das Ziel verteidigen A Einer, A Zwei A Drei A Drei A Drei Einer down Warte Kann sein, dass bei A hinten schon er durchgerannt ist, das kann ich dir nicht sagen, ja? Glaube ich geh rechts von dir, ne? Ja Einer top Die Zeit wird knapp! Der andere bitte Mitte gucken! Ja, mach ich! Beziehungsweise tanken ja, dass die da nicht hinten rumlaufen Einer ist beim Humvee! Sniper Humvee! Down! Top! Böhn! Einer ist noch broken gewesen bei uns, ne? Letzter! Aber es ist immer noch broken gewesen, also green Ombuds vor, A Down! Ja, kommt jetzt die Treppen runter! Also vor dem Autowerkstattgang Was ist das denn für ne Scheißwaffe, Alter? Ich hab keine Ahnung, ich hab sie aufgenommen Zeit, wo ich hinschieße! Komm lass jetzt den Angriff mal vernünftig machen! Ja, komm! Camp du bitte unten im Porn oder so! Okay Ey, die dürfen mich da von nix nicht holen, ne? Ja, ich weiß, es ist aber so schwer, oder? Ich hasse die Pose, ich kann die nicht mehr Ich muss ja auch mal was machen Warum hast du denn nicht mehr zu spüren? Ja, weil die, die anderen auch nicht können Ich kann alles Ja Ähm, Panzer ist down Ist hier vorne bei B einer, ist hier vorne bei B einer Ne Kann ich dir gar nicht sagen, Alter Da steht einer Ja, Alter, auch mein Ein Stück Ein Stück Ein Stück Ein Stück von VW, ich seh den nicht Ich bin gestunnt Und dann Sein Bombe wurde platziert Vorne am Ja Ich seh den halt nicht, wo ist Der denn? Mit der Sniper immer noch Meine Fresse Top, oder was? Ja, guck mal, ist hier keiner drum Ja, guck mal, ist hier keiner drum Einer ist am Spot Wir entschärfen schon Hast du ne Nade? HÄ? Schiff gar keiner Ich bin echt mit Ja Was denn? Der war jetzt erst gesagt, wir entschärfen schon Wir haben auch gleich entschärft Wir haben es auch nicht Versteh nicht, wenn ihr die Bombe gelegt habt Ihr müsst euch doch da überhaupt nicht zeigen, Alter Ihr müsst doch nur auf Sound spielen da Ja Na, ich bin aufgestanden Ja, ja, du, dass du gescheit wirst Aber das Western auch noch fällt, ist sinnlos Oh, ich hab doch einen geholt Ja, aber ihr müsst dann auch chillen Einfach Sound spielen Wie ein GB auch Ein gestunnt hinter den Oh, Alter Oh, oben top Schon einer drin Alter, wie schnell ist denn der da? Der spielt AR und ist schneller oben als ich, oder was? Sinn Warte Phil, ich guck ein bisschen bei dir Einer bei der Palme Die Zeit wird knapp Oh, hinter uns schon, Alter Nein, das war ich Du bist mir genau reingelaufen Einer war vor Bus B-Spot ist noch nix Palme Ich sehe das, wenn der plantet Phil ja so Ja, ja, ich guck nicht vor Busseite Top, Motel Weißer Truck In der B Plantet Auf der linken Seite von dir aus Oben drin Ja, vor Bus Einer plantet Eine plantet Das ist der letzte Wie werden wir alle gleichzeitig rausgezogen werden, ey Nein, Gott Planted, zack, drei tot, Alter Versteh ich aber auch nicht, wie das passieren kann Pfff Ich spiel auch mehr Dev jetzt Einfach mal chillen, Alter Die Bombe platzieren Die dürfen einfach nur nicht planten Wenn man den Plant herauszieht Dann zieht man den Plant heraus Und dann wird Philipp halt gekontert Aber dann ist Bombe da down Ja Hinter der Tonne war einer Down Mit Rotpunkt durch den Rauch, Junge Oh, Mann, er aimt mich immer ab, Alter Lass dich da auch nicht zeigen Also nur schauen, dass da keiner durchkommt Einer vom Puff truck angelt den Mittelcontainer Find der in Top Weiner Huff truck, hinterläuft uns Aber noch ganz vorne Einer Mittelcontainer Huff truck, zwei Beide, beide welche Mitte Er sieht mich halt Mann Da kommt der Max Sauber, ja Jetzt reiß ich nicht zusammen, ey Wir haben den Bombenspot schon im Blick, ihr rechts müsst ihr eigentlich gar nichts machen, ey Wir sind jetzt mal unten zu der, zu der Tonne da Seitenwechsel Äh Suchen und zerstören Hier jetzt mal unten zu der, zu der Tonne da Mit Tämmer Ja 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 Also Ja Die nächste Runde. Kommt, zwei Runden. Jakob, was hast du denn grad in der Hand gehabt? Äh, ein MG. Aha, das darfst du auch für die Uwefänger. Ich spiel nicht mit Sniper, Alter, wenn ich alleine arm mach. Das darfst du raus. Du bist doch Optik, Jakob, Mann. Optik Jakob, Mann. Jakob, snipest du das da? Wir haben die Bombe. Ja, wahrscheinlich. Jakob, ich stell hier jetzt nen Profi auf, ne? Smoke. Ich sehe aber keinen. Ich kann aber nicht sagen, ob einer gegen gepustet ist oder nicht. Vor dem Baseball ist das auf jeden Fall einer. Da kam gerade Nathan. Geil, Stellungsspiel. Vorderbrennen. Jakob, könnt ihr hinter mir kommen? Siehst du das oder nicht? Ich seh das. Am Panzer A. Komm, Jungs. Zieht nen Blender am besten durch. Er plantet jetzt. Top. Bei, da, der ist auf Sound. Soundfusi ist der. Ja, da, top. Schluckt. Schluckt. Der ist bei B auf Sound, Mark. Ja, ich mach schon. Ich spiel's denn schon. Am Spot, Filly. Alter, Filly, Mann, was machst du denn da? Ich bin tot. Der lag denn da vorne? Top. Ich hab gesagt, er ist auf Soundfusi. Jakob, das ist Schilk. Jakob, du musst auf die Bombe gucken. Ja, du geh lieber weiter vor. Und zock auf Sound. Geh hoch und dann, das Spiel auf Sound. Mal richtig... Jetzt geh gucken. Ja, ist mir egal. Ja. Kannst ja nicht mehr. Ja. Ihr habt dran. Ich hab immer gesagt, er ist auf Sound und kann dich trotzdem raus. Sorry, ich hab's nicht gehört. Egal. Egal, jetzt. Verteidigung. Weil, ich dachte, da liegt einer an dem... an dem Buster, weißt du. Hier, schlafen wir uns mit der Bar, weil ich irgendwie zur Mutung hab das hier. Ja. Alter, Zweibein wäre ein Puncher. Mitte, Mitte, Mitte bei denen. Ruf Truck, noch einer. Vierter. Ruf Truck, aber vorher noch einer, ne? Nicht vergessen. Der letzte, wenn dann. Ja. Der ist hinten unten drin bei denen. Der ist jetzt nicht über mich, Ben, ne? Bombe ist links bei denen, da und vor Puff. Ja, ich lieg direkt daneben vor. Ich hab den hinteren Puff-Ausgang. Achso. Ich hab ganz rechts. Direkt vor der Bombe. Schön, Jans. Schön, Ben. Ich hab grad irgendwer den Kill geklaut, ganz ehrlich. Schön, Philly. Aber ich hab geschossen wie ein Verrückter bin. G lag ich da. Dann schau mal. Warte, jetzt zieht man's weg. Ja, bist du mit dem Ding anvisiert hast, Alter? Ja, ja, ist er eh schon tot. Ich hab aber auch nur seine Waffe gesehen. Wärter weniger. Oh, dein Ende hat eins zu zählen, Alter. Richtiger Post. Was ist ein Entscheidungsspratt? Warhawk. Ähm, Freight. Nee, Warhawk. Ja, also Freight ist Entscheidungsspratt. Fast war nicht fast. Ja, ja. Match. Du hast dir irgendwie ja nicht verstanden, Alter. Doch, ich hab schon verstanden. Nein, hast du nicht, Alter. Nur mich, ich hab, ich hab Abi-Tour, Junge. Ja, Abi-Tour oder was? Ja, wir müssen Ghost. Wir suchen und zerstören. Dann folgen dich, Jungs. Wer nimmt da die Bombe? Ja, ich. Mag sein Markus. Also, wenn jetzt einer drüberläuft, dann kriegt er eine Knackschelle, ne? Das Ziel zerstören. Bombe erlangt. Und drüber gelaufen. Schelle oder was? Ja. Okay, also. Drei Leute im Lecher. Drei Leute im Lecher. Hättet wenigstens einen aus. Ja, ich weiß, wie schnell ich bin. Einer ist da noch drin. Einer ist da noch drin. Stark. Ey, die standen schon auf der Treppe zu zweit, wo ich noch nicht mal drin war. Die Zeit wird knapp. Dann schreibe ich die Antriebskarte im Zimmer. Die will nicht auf. Das ist das allerletzte. Einer oben. Einer links gucken, einer rechts. Blenden. Einer rechts gucken. Danke. West, du musst oben reinschauen. Was? Du hast unterhaltsисkelt. Ich will wo, du kannst. Ahhhhhhhh. Du hast die Zeit, die beste ganze Zeit gar nicht, die durch die Beziehn. Sie dürfen nicht ziehen. Nein, wir wollen auf Jungs. Der ist unten da. Weißt du wo? Weißt du wo? Nein! Schieß keiner, schieß keiner, letzter Mann. Geh'n wir gucken. Schön, das ist falsch. Oh Mann, ich hab' nicht gecheckt, dass da drei Leute im Blech waren, sonst hätt' ich vielleicht zwei gezogen. Ja, das kann doch keiner wissen, dass die da mit drei Leuten rein sind. Aber wie schnell die mit Sturmgewehr sind, das wundert mich. In GB stehen die alle immer mit der AG unter der Tür und hier. Das war eben auf Octane auch so. Jaja, weil vielleicht haben die ja eine Pistol, weißt du nicht? Ja, aber eben auf Octane, der hatte eben irgendwas mit schöner Laufen drin, sondern halt einfach nur ein Sturmgewehr und der war schneller in Top oben als ich mit einer MP und Marathon und Agility. Das war total sinnlos eben. Die haben auf jeden Fall eben den Keller zugemacht. Die Zeit wird knapp. Philipp, du guckst dahin, ne? Ja, ja. Max, mach mal unten Tür zu und schau, dass die nicht B durch sind. B durchgehen. Check out, du siehst, wenn die hochklettern, ne? Ja, das seh' ich. Die können gar nicht bis dahin kommen, Philipp, das seh' ich auch anders. Oh lol, rechts hat mich. Das war schlecht. Einer vor Blech. Oh, 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 oh. Noch einer vor Blech, den hab' ich. Der Einer ist noch vor Blech. Einer nach Schienen, der Einer nach Schienen. Einer bleibt bei der A-Bombe. Ah, fuck. Was? Was? Wir sind zu sechs. Du kannst hier ja nicht einfach mit Schienen brauchen. Ja. Die Bombe wurde platziert. Ja, komm, ich fange da einen. Einer. Einer noch, oder? Ja. Hau ins Gebäude oder so. Einer, einer. Ja, toll. Der steht da in der Mitte. Der steht da. Ach, sag das doch, ja. Wir haben die Runde verloren, aber nicht den Kampf. Ihr müsst halt einfach, wenn er sagt, der plant, der ist bei der Bombe, einfach einer den rausziehen. Ja, die haben ihn abgeähmt, ja. Ja, egal, ob der stirbt. Wenn du dabei stirbst, ist doch der Bombe, muss da liegen. Wir suchen und zerstören. Nehm, Bombe, ich. Nehm, Bombe. Das Spiel zerstören. Weitere von sich. Ich hab's wieder vergessen. Bringst dann? Ja. Unten im... Ausländer. Ah, ich bin so wild, Mann. Ah, ich bin da ohne, Alter. Dreck. Die Zeit wird knapp. Ab dem Blech. Ja, genau. Einer auch ins... Soundpussy. Was? Flente, Jungs, die Flente. Wo ist denn der gewesen? Hinter uns, oder was? Ah, hinter Flaschen, Mann. Der geht nicht staunen, der will. Fingerfertigkeit. Wir noch im Blech drehen. Einer war Rohre, kommt runter. Siehst du die Bombe, wer da vorne ist? Hä? Jawoll, Fili, schön. Einer noch. Der ist unten bei Blech. Zwischen A und Blech, hinter dir. Der ist reingelaufen. Schön. Jawoll, Fili, schön. Bereit machen für die nächste Runde. War ich bei dem ersten veraimt, Alter. War ich bei der Seite? Wir machen die Seite. Das ist ja ein bisschen die größe. Wann? 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 Blech. Zwischen Blech und Aarhus-Smoke. Noch einer vor Blech. Ja, der ist hier links reingesprungen. Hab ich. Wenn sie jetzt vor Blech gehen, dann sehe ich einen. Wie da ist. Einer vor rechts im Zug. Kann man sagen, dass der Wunsch halt ist. Schauen. Na klar. Recht. Schön. Jetzt nochmal pushen, bitte. Alter, ich hab nur so einen Hauch von seinem Weißen gesehen und einfach drauf losgeschossen. Hat wer eine Smoke oder sonst werfe ich mir selber eine Smoke mit und pushe da Mitte durch. Ich kann eine Smoke mitnehmen, aber ich brauch jemanden, der dahin stunnt dann. Ja, ich wirf dir die Stun dahin. Pushen wir oder was? Ja, pushen. Ja. Werfe die bitte so, dass sie zwischen Blech und Owens ist. Bombe. Da sind wir heute noch mal. Ja. Ich hab' die Bombe. Wer hat keine Handgranaten. Der ist noch drin. Ich hab' die Bombe. Vielleicht ist keiner drin, Jungs. Ja. Ich hab' die Bombe. Bauch. Ich hab' die Bombe. Da kann geblendet werden. Ach, Tor zu Ja, Tor ist zu Nein, oben drauf, Alter Oben auf den Rohren drauf, Jungs Philipp, in Fanny, nicht zu weit, guck mal, wo hinten keiner kommt Achso, eine noch, passt Oh, das ist Philipp, Alter Hat sich was angesagt, ungeschützte Feinde Blech ist der Wie mein Bein da baumelt Das ist so geil, wenn du da oben ins Blech reinfuscht War die Smoke gut so? Also ein bisschen spät, aber Ja, ja, war aber gut, wenn man hat es gut Ich meine, die standen auch sowieso mega defensiv Boah, der Brauerei, erster Stock Ah, der Knife wird knapp Ah, Sniper Container Äh, Dings auf Ne, Sniper Haus Porta Brauerei, Porta Brauerei Ah, einer, einer, einer Dings Waggon da ganz rechts Porta hab ich eben Ja, ja, die sind schon, die sind rechts durch bei mir, weil das Tor auf ist 2 noch Na bei mir Schöne, die letzte Du bist bereit machen für die nächste Runde Du bist der letzte Nummer, schnell sehen wir sich runter Oh Scheibenbescheiben Kann mal einer bitte direkt unten links ins Auge reingucken, da hat fast einer geteilt Das muss Blackout machen, danke Guck da nochmal hin Warte, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich komme Bitte wieder Der ist doch entschieden, ich sehe ihn aber nicht Ja, beim Stromkasten, Stromkasten, Stromkasten Ja, ich sehe ihn nicht, Alter Down ist, down ist, down Auch uns oben ist noch einer Und auch uns unten ist auch einer Das war dumm Ich fand irgendwo den Netten gefressen, hey Oh, ist einer Kann an der Blech gucken, geht das Wärts gut flasht Wärts hier arm gespält Wärts hier arm gespält Wärts von überall gespält, Jungs Wärts von... Ab den Rohr, Wärts von... Wärts von... Wärts von... Wärts von... Wärts von... Wären Ich dachte Mir ist der Laster, Schade gut gemacht, meldet euch Zeit, das Analyse ist ein... Carry!